Willkommen zu den heutigen VIVI News und heute knallt es mal so richtig, denn wir haben erstens auf jeden Fall die Ankündigung für den ersten Whitelist Drop. Unter anderem haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit jetzt auch als Nicht-US-Bürger auszuzahlen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall gleichzeitig noch ein Update an von VIVI und auf jeden Fall noch einen Livestream, den du auf jeden Fall da draußen nicht verpassen solltest und dir auf jeden Fall morgen früh ganz entspannt zum Frühstück reinziehen kannst. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall, wie gesagt, mit einer Menge Themen mit dabei. Bevor wir damit aber starten, hier eine ganz wichtige Ankündigung von mir. Ich werde nämlich am Montag nach Kanada reisen und dementsprechend aufgrund der Zeitverschiebung und aufgrund des Fluges und so weiter und so fort und Vorbereitungen, die ich selber treffen muss, wird es wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei, drei Tagen keine Updates geben. Deswegen wundert euch auf jeden Fall nicht hier auf dem Channel, falls irgendwas passieren sollte. Ich werde auf jeden Fall danach wieder kontinuierlich Content bringen, aber diese paar Tage wird es auf jeden Fall keinen Content geben. Und wenn du mir gerne auf Instagram folgen möchtest und das Ganze so ein bisschen mitverfolgen möchtest, wo ich da gerade bin und so weiter und so fort, kannst du das natürlich sehr gerne machen unter CaptainVIVI.youtube. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Und schon an diesem Sonntag wird es die ersten Drops geben und zwar nämlich die ersten Testjobs für die Waitlist, das heißt das neue Dropsystem. Und damit rückt auch hier das neue Dropsystem immer, immer näher und jetzt hier auch wirklich mit diesem Drop sehr, sehr nah. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall das gesamte Ding mal an. Insgesamt gibt es hier zwei Drops, einmal ein Blindbox Drop und einmal einen einzelnen Drop ohne Blindbox. Und ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall direkt mal hier an. Wir bekommen als allererstes hier am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit dieses Logo als einzelnen Drop. Das Ganze wird einen Droppreis von 8 Gems haben und eine Editionauflage hier nur von 1111 Stück. Meiner Meinung nach wirklich viel zu wenig. Ich bin total überrascht, dass es so wenig sind. Nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich auch, dass das hier sehr stark ausverkauft werden wird. Übrigens ganz wichtig zu erwähnen, ihr müsst natürlich KYC sein, um an diesem Drop teilzunehmen. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall hier auch direkt den Blindbox Drop an. Hier auch tatsächlich wieder werden insgesamt 90 Editions zurückgehalten für das Team, beziehungsweise für Vibi selbst. Dann der Blindbox Drop selbst. Hier werden wir insgesamt, wie gesagt, drei Collectables sehen. Einmal hier auf jeden Fall dieses Logo. Das Ganze wird hier einen Listenpreis wieder pro Blindbox haben von 8 Gems. Und das ganze grüne Logo hier wird eine Editionauflage von 999 Stück haben und eine Rare sein. Im Anschluss haben wir hier dann ein orangenes Logo, beziehungsweise White Orange. Und das Ganze wird hier einen Listenpreis wieder von 8 Gems haben, 888 Editions haben und eine Ultra sein. Unter anderem haben wir hier noch natürlich ein letztes, ein rotes und das wird eine Secretare sein. Und das wird wieder auch einen Listenpreis von 8 Gems haben und eine Editionzahl von 777 Stück. Ich bin wirklich sehr überrascht, was Vibi hier mit der Editionauflage gemacht hat. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir so 10.000 bis 20.000 Stück sehen. Dass es dann so wenig werden, liegt wahrscheinlich einfach an der momentanen Marktsituation und natürlich auch daran wahrscheinlich, dass sie es halt auch ausverkauft haben wollen. Und hier vielleicht auch den ein oder anderen Leuten hier mit diesem Logo eventuell auch irgendwann einen Airdrop verschaffen. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen für zum Beispiel Setholder von dem Blindbox-Drop. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man wird auf jeden Fall sehen, was in Zukunft noch alles kommt. Aber das auf jeden Fall zu dem Wanderstrop. Ich bin insgesamt sehr, sehr zufrieden damit, dass es jetzt doch dann endlich kommt. Und das auch jetzt schon in Q2 relativ zügig. Kommen wir im Anschluss zu einem weiteren sehr wichtigen Punkt. Und zwar ist es nämlich ab sofort auch möglich, dank Forster Hild, der uns hier eine Möglichkeit geteilt hat, auch wieder aus Vivi auszuzahlen. Mit einer Möglichkeit über einen Drittanbieter sozusagen. Also man überweist das sozusagen an Wise heißt die Plattform und dann von dort aus kann man das auf seinen Bankaccount schieben. Ich werde euch das ganze Video von Forster Hild einmal unten verlinken. Das ganze Video ist natürlich auf Englisch. Wenn ihr da draußen das Ganze auch nochmal auf Deutsch haben wollt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und lasst es mich wissen. Dann drehe ich da auf jeden Fall sehr gerne nächste Woche nochmal ein Video dazu ab. Es wird wahrscheinlich ein paar Tage nochmal dauern, bis das Ganze dann auch wirklich rauskommt. Da ich nämlich am Montag nach Kanada fliege und dementsprechend, ja, dort auf jeden Fall noch einiges zu tun habe bis dorthin und Montag auch komplett keine Zeit habe. Dementsprechend wird es Anfang nächster Woche dann hier auf jeden Fall erst das Video dazu geben, wenn ihr das wollt. Im Anschluss gab es hier nochmal ein ganz kurzes Update von Vivi unter anderem. Es wird anscheinend erstmal kein Community Update geben, da einfach auch nicht wirklich viel Relevantes anscheinend zu sagen ist. Was ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm finde, denn wenn nicht zu sagen ist, müssen sie auch nicht irgendwie ein unnötiges Community Update machen. Und sie haben uns jetzt ein paar News auf jeden Fall mitgeteilt. Ansonsten, was das Thema Payout angeht, haben sie auf jeden Fall mal geschrieben, dass es natürlich, sie wissen, dass das Ganze immer noch nicht da ist und dass wir natürlich auch als Community hier sehr, sehr hinterher hängen. Aber sie haben ja auf jeden Fall nochmal betont, dass sie auf jeden Fall dabei sind, hier einen neuen Anbieter zu finden, um das Ganze möglich zu machen. Und dementsprechend, ja, kann man einfach nichts anderes sagen als abbaten und Tee trinken. Und wie gesagt, es gibt jetzt auf jeden Fall diese andere Möglichkeit. Natürlich besteht da immer noch ein Risiko mit dem Drittanbieter selbst. Nichtsdestotrotz ist es aber für jemanden, der hier auf jeden Fall noch eine Option sucht, wirklich auch auszuzahlen, eine Sache, die man definitiv machen kann. Ansonsten habe ich es gerade schon angekündigt. Du kannst dir auf jeden Fall morgen früh zum Frühstück hier direkt einen wunderbaren Vivi Livestream ansehen. Und das sogar noch mit dem CEO von Vivi. Denn morgen früh um 10 Uhr gibt es nämlich einen Livestream zusammen mit David Yu. Und wir werden dort unseren Collector Stream machen, zusammen mit Chris und eigentlich auch Enrico. Der ist aber tatsächlich leider dieses Mal verhindert. Wir werden aber trotzdem hier das Beste rausholen und uns ein sehr spannendes Gespräch machen mit David Yu über das Thema Sammeln und Co. Und deswegen würde ich sagen, schalt definitiv morgen früh um 10 Uhr ein und ich freue mich auf dich. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal fix hier die Jobdetails an für die Präsidentenserie hier von der Briefmarke von 1939. Das Ganze wird am Samstag um 17.00 Uhr und deutscher Zeit droppen. Es wird außerdem noch eine Utility geben für alle Setholder. Das Ganze wird hier geschlossen am 9. Juni. Das heißt, bis zum 9. Juni habt ihr dann Zeit, das Set voll zu machen. Und am 15. Juni wird dann hier der Airdrop für jeden Setholder kommen. Den Airdrop selbst schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Das Ganze wird hier im Blindbox-Format stattfinden. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall hier auch nochmal die Briefmarken jetzt an. Das Erste ist hier eine Comment natürlich. Das Ganze wird hier einen Listenpreis hier von 6 Gems haben, wie immer. Unter anderem eine Edition-Auflage von 4.800 Stück. Und natürlich auch eine First Edition sein. Anschließend haben wir hier dann eine weitere Comment von George Washington. Das Ganze wird auch wieder eine Edition-Auflage von 4.800 Stück haben. Im Anschluss haben wir dann hier einmal Martana Washington. Das Ganze wird eine Ankrammung sein und eine Edition-Auflage von 3.800 Stück. Unter anderem natürlich auch wieder hier, wie bei allen Briefmarken, eine First Edition sein. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall hier John Adams an. Das Ganze wird auch wieder eine Ankrammung sein mit 3.800 Editions. Im Anschluss haben wir dann hier nochmal Thomas Jefferson. Das Ganze wird eine Edition-Auflage von 2.800 Stück haben als Rare. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes James Madison. Das Ganze wird eine Edition-Auflage von 2.800 Stück wieder haben. Anschließend haben wir dann hier ein Alt-Rare von James Monray. Und das Ganze wird eine Edition-Auflage von 1.817 Stück haben. Und natürlich auch wieder eine First Edition sein. Im Anschluss haben wir dann hier noch den Airdrop. Und das Ganze wird eine Secretariat sein. Und zwar nämlich hier The White House. Und das Ganze, wie gesagt, Secretariat und eine Edition-Auflage haben wir hier natürlich nicht. Weil das ganz klar davon abhängig ist, wie viele Set-Hole es dann natürlich am Ende auch gibt. Meiner Meinung nach eine interessante Briefmarkensammlung. Auf jeden Fall hier für einen oder anderen vielleicht etwas, was man mitnehmen kann. Für mich persönlich ist das tatsächlich nichts. Ich finde aber nichtsdestotrotz die Briefmarken hier als Job relativ cool. Ansonsten nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Für alle Leute, die in Discord relativ aktiv sind. Und wenn du auf dem Vivi-Discord Tier 2 bist, dann schau dir auf jeden Fall unbedingt den Giveaway-Channel an. Denn jede Woche werden dort insgesamt drei Leute ausgesucht. Und dann werden dort Collectibles verteilt an die Leute, die an dem Giveaway mitnehmen. Ich zeige dir auf jeden Fall auch nochmal hier ganz kurz, wie du daran teilnehmen kannst, wenn du Tier 2 bist. Als allererstes musst du natürlich hier auf dem Discord erstmal sein. Und am besten nochmal nachschauen, ob du wirklich Tier 2 bist. Das Ganze machst du hier einfach an der Seite, suchst deinen Namen raus, klickst einmal links, klickst und schaust dann hier, ob du wirklich auch den Rang Tier 2 hast. Du bekommst den Tier Rang 2, indem du relativ aktiv auf dem Discord-Server bist, schreibst und so weiter und so fort. Oder auch zum Beispiel Bilder hochlädst. Dementsprechend so bekommst du den Rang Tier 2. Und dann kannst du hier links diesen Channel auch sehen mit Weekly Giveaways. Dort klickst du einfach drauf und dann kannst du an dieser Stelle hier, bei mir ist das jetzt letztendlich nun ausgegraut, weil ich schon teilgenommen habe. Dann hast du hier so eine Konfetti-Kanone. Dort klickst du einfach drauf und dann hast du hier an den Giveaway teilgenommen. Und dann wirst du hier auch ausgelost und bekommst ein Vivi Collectible. Wenn du das Ganze gewinnen solltest, du wirst dann kontaktiert. Und meiner Meinung nach eine wirklich sehr, sehr coole Sache ist auch wirklich offiziell von Vivi selbst und nicht von irgendwelchen Drittanbietern. Meiner Meinung nach wirklich eine Sache, die man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte. Ansonsten war es das heute mit den gesamten Vivi News. Wenn du da draußen hast, das gesamte Video gefeiert, gib die ganzen News sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag bedannt und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.